9 Fakten, die wir alle endlich aufhören sollten zu glauben Es gibt einige sogenannte Fakten, die wir als ganz selbstverständlich hinnehmen, weil sie von Generation zu Generation weitergetragen werden und keiner sie in Frage stellt. Ich wette, du bist überzeugt, dass Milch gut für die Knochen ist oder dass der Mount Everest der höchste Berg der Welt ist. Hm, bevor wir die eigentliche Wahrheit verraten, gibt es da noch eine Tatsache, die absolut realistisch ist. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst und die Glocke läutest, bleibst du immer auf dem Laufenden über die lustigsten und informativsten Videos, die jeden Tag auf der Sonnenseite des Lebens erscheinen. Okay, nun lass uns die Liste beginnen mit... Nummer 9 Der Placebo-Effekt wirkt nur beim Menschen Falls du noch nie von diesem seltsamen, aber faszinierenden Phänomen gehört hast, ist im Grunde genommen der Placebo-Effekt, wenn sich der Gesundheitszustand einer Person zu verbessern beginnt, nur weil sie glaubt, dass sie eine Behandlung oder Medizin erhalten hat, obwohl es in der Tat nicht der Fall ist. Klingt irgendwie nach Betrug, ich weiß, aber das ist es überhaupt nicht. Die Tatsache, dass man dem menschlichen Körper eine Pille voller zuckerhaltigem oder salzigem Wasser geben kann und dass sie den tatsächlichen Heilungsprozess ankurbeln wird, ist absolut erstaunlich. Was noch überraschender ist, ist, dass der Placebo-Effekt wahrscheinlich auch bei Haustieren funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Hund krank ist und sein Besitzer ihm eine Zucker- oder Vitaminpille gibt, reagiert der Körper des Hundes sehr gut darauf. Dies wurde von einem Team von Wissenschaftlern des College of Veterinary Medicine an der North Carolina State University bewiesen, als sie den Placebo-Effekt bei Hunden, die an Anfällen leiden, testeten. In der Werbung wird behauptet, dass Milchprodukte eine große Quelle von Kalzium sind, welches für unsere Knochen wirklich wichtig ist. Aber gerade die Milch ist es, die, wie uns seit der Kindheit immer wieder gesagt wird, unsere Knochen stark und gesund hält. Wann immer wir das Wort Kalzium hören, fällt uns als erstes Milch ein, oder? Aber wusstest du, dass das in der Milch enthaltene Kalzium uns nicht daran hindert, Knochenbrüche zu bekommen? Wissenschaftler der Harvard University haben herausgefunden, dass Menschen aus Ländern, die normalerweise keine Milchprodukte konsumieren, tatsächlich weniger an Frakturen leiden, als diejenigen, die solche Produkte regelmäßig konsumieren. Es macht also keinen Sinn, große Mengen an Milch zu trinken, wenn man seine Knochen stärken will. Man kann auch Kalzium aus Sardinen, Lachs, Bohnen, Mandeln und Feigen beziehen. Nummer 7 Schokolade verursacht Akne Viele Menschen essen keine Schokolade, weil sie Angst haben, dass ihre Haut in Pickeln ausbricht. Nun, halt dich nicht mehr zurück, denn das ist einfach nicht wahr. Dr. James E. Falten Jr. und mehrere andere Dermatologen führten eine Studie über den angeblichen Zusammenhang zwischen Schokolade und Akne durch. Sie gaben 65 Akne-gefährdeten Testpersonen Schokoladenriegel, die 10 Mal mehr Kakao enthielten als eine typische Tafel Schokolade, was sie herausfanden war, dass Schokolade nicht schädlich für unsere Haut ist und sie überhaupt nicht beeinflusst. Die in Los Angeles ansässige Dermatologin Dr. Ava Shamban stimmt völlig zu und sagt sogar, dass es nur sehr wenig Beweise dafür gibt, die die Behauptung bestätigen, dass das Essen von Schokolade einen Akneausbruch hervorbringt. Also geh und schnapp dir einen Schokoriegel, weil du dir keine Sorgen um Akneausbrüche machen musst. Es ist jedoch immer noch am besten, Schokolade in Maßen zu essen, um nicht an Gewicht zuzulegen. Apropos Gewichtszunahme, wir alle glauben, dass... Nummer 6. Wenn du läufst, musst du jeden Tag laufen. In einem 30-jährigen Forschungsprojekt fanden Wissenschaftler der Burningham University heraus, dass tägliches Laufen für diejenigen, die fit bleiben wollen, völlig nutzlos sein kann und sogar potenziell gesundheitsschädlich ist. Zu viel Dauerlauf kann sich nachteilig auf das Wohlbefinden einer Person auswirken, da er den Körper zu sehr belastet. In einer anderen Studie bemerkte man Plaggansammlungen in den Arterien von Marathonläufern, die zu einer verminderten Durchblutung führen und schließlich zu schweren Herzproblemen führen können. Wenn du fit bleiben und es genießen willst und du es mit Laufen tun willst, ist es empfehlenswert stattdessen zu joggen und nur 2-3 Mal die Woche, nicht jeden Tag. Die leitende Herzschwester Maureen Talbot von der British Heart Foundation sagt, dass leichtes, moderates Joggen vorteilhafter ist als anstrengendes Laufen. Nummer 5. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. Alpinisten aus aller Welt haben versucht, den vermeintlichen höchsten Berg der Welt zu erobern und einige haben es tatsächlich geschafft. Und sicher, wenn wir über Berge sprechen, die sich über dem Meeresspiegel befinden, dann ist der Everest das größte, böseste Kind auf dem Erdball. Aber wenn wir die Berge im Allgemeinen betrachten, auch die, die unter dem Meeresspiegel beginnen, ist der Everest nicht so groß, wie man denkt. Der neue Nummer 1 Spot geht an Mauna Kea, einen Vulkan auf Hawaii. Er hat eine Höhe von 4200 Metern über dem Meeresspiegel, aber die Basis liegt etwa 6000 Meter unter der Wasseroberfläche. Das gibt Mauna Kea eine Basis-Spitzenhöhe von etwa 10.210 Metern, was die Höhe des Everest von 8848 Meter in der Tat übertrifft. Nummer 4. Ein schwarzes Loch ist... naja, ein Loch. Albert Einstein spekulierte bereits 1916 mit seiner berühmten Allgemein-Relativitätstheorie über die Existenz von schwarzen Löchern. Der amerikanische theoretische Physiker Dr. John Wheeler prägte den Begriff und bewies 1971, dass es die Dinge wirklich gibt. Aber sind das nicht eigentlich Löcher? Naja, die NASA sagt, nein, sind sie nicht. Tatsächlich sind dies nur Weltraumobjekte, bei denen die Schwerkraft so stark ist, dass selbst das Licht ihr nicht entkommen kann. Schwarze Löcher sind praktisch unsichtbar und mit bloßem Auge nicht zu sehen. Astronomen lokalisieren sie jedoch mit Hilfe von supermodernen Weltraumteleskopen, indem sie sehen, wie Sterne, die nahe an schwarzen Löchern liegen, sich anders verhalten als andere Sterne. Nummer 3. Bei einem Gewitter bist du sicher in einem Auto. Es gibt den Glauben, dass man während eines Gewitters sicher in einem Auto ist, weil es mit Gummireifen geerdet ist. Während es weiß, dass Gummi wirklich effektiv gegen Elektrizität isoliert, bedeutet das nicht, dass du während eines Blitzes im Auto unantastbar bist. Das ist absolut ein Mythos. Dein Auto kann ein wirklich guter Ort zum Verstecken sein, aber nur, weil es aus Metall ist. Und dieser Metallkörper wird nur dann von Nutzen sein, wenn alle Türen und Fenster geschlossen sind. Weißt du, wenn ein Blitz auf das Dach eines Autos trifft, fließt der Strom außerhalb des Autos und läuft in den Boden darunter. Es sind also nicht die Gummireifen, sondern die metallische Schale des Autos, die dich bei einem Gewitter schützt. Nummer 2. Die Sahara ist die größte Wüste der Welt. Fragt man jemanden, was die größte Wüste der Welt ist, wird man sagen, die Sahara natürlich. Aber sie wissen nicht, dass das in Wirklichkeit nicht wahr ist. Wenn wir an eine Wüste denken, stellen wir uns normalerweise eine leblose, extrem heiße, mit Sand bedeckte Gegend vor. Aber per Definition ist eine Wüste eine Landschaft, die nur sehr wenig Niederschlag erhält. In diesem Fall ist die Antarktis mit einer Fläche von 14 Millionen Quadratkilometern die technisch größte Wüste der Welt. Die Sahara mit 9,2 Millionen Quadratkilometern belegt den dritten Platz. Falls du dich fragst, es gibt tatsächlich vier Arten von Wüsten. Polare Wüsten, wie die Antarktis und der arktische Norden. Subtropische Wüsten, das ist die bekannte Sahara in Nordafrika und die arabische auf der arabischen Halbinsel. Kalte winterliche Wüsten, zum Beispiel die Gobi in China und der Mongolei sowie das Colorado Plateau in den USA und kühle Küstenwüsten, wie die Atacama in Chile und die Namib im südlichen Afrika. Nummer eins, der Mars ist rot. Ah, der rote Planet. In der Antike benannten die Römer ihn wegen seiner blutigen Farbe nach ihrem Kriegsgott Mars. Die alten Ägypter prägten es Herr des Schär, was Horus der Rote bedeutet. Die alten chinesischen Astronomen nannten es Feuerstern. Also offensichtlich ist dieser Ort so rot, wie er nur sein kann, oder? Naja, es dauerte nicht lange, bis in den 1970er Jahren endlich die Wahrheit über den Mars enthüllt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war der Viking One Lander der NASA das erste Raumschiff, das von der Sonne aus auf dem vierten Planeten landete, um ein paar Schnappschüsse zu machen. Erste Bilder zeigten, dass es einen blauen Himmel gibt, keinen rosa-roten. Die Bilder des Viking One Lander lassen den Planeten röter erscheinen, als er tatsächlich ist. Heute gibt die NASA zu, dass einige Teile des Mars tatsächlich blau und grau sind. Welche dieser nicht so faktischen Fakten hat dich am meisten überrascht? Wusstest du schon, dass einige von ihnen nicht wahr sind? Sag's uns unten in den Kommentaren. Wenn du was Neues aus diesem Video gelernt hast, dann gib ihm ein Like und teils mit deinen Freunden. Vergesst nicht uns zu abonnieren und mit uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Wir sehen uns dort! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020